Und dann werde ich erst mal jetzt gleich gucken, wie man denn ein Backpack baut. Backpack. Ups, das habe ich mir jetzt gecheatet. Oh shit. Naja, gut, ähm. Gucken wir erstmal. Oh, ah! Die Eisenspiele habe ich wieder. Und jetzt schreibt mich irgendjemand an. So. Ah, jetzt kommt da Wasser ran, das ist natürlich noch besser. Ah, ich sehe, hier war auch nichts, habe ich überhaupt die Brightness hochgestellt. Ja, verstand schon. ist schon auf ganz hell ich glaube so weit ich sehe ich da hinten eisen der talp gehe ich mal hier hin und das wasser das kotzt mir ja mal was an also wenn es jetzt bei euch zu dunkel ist entschuldige ich mich da natürlich dafür und was war denn das was da immer verschwindet so dann mache ich hier erstmal licht und dann werde ich erst mal jetzt gleich gucken wie man denn ein backpack baut backpack ups das habe ich mir jetzt gecheatet oh shit ich darf ein naja ich ist irgendwie die lieben ich bin ich habe mich hier konferente irgendwie die lieben können der und Und Delete-Mode-On. Ah, gut. Jetzt habe ich es wieder gelöscht. Denn ich will natürlich bloß gucken, wie man es baut. Ah, mit Leder, schwarzer Wolle und einem Gold-Baren. Und wie baut man das? Ah, okay. Da brauche ich halt... Upsa. Leder dazu. Und Leder habe ich... Jetzt können wir mal gucken, ob man... Ob man... Normales Leder. Spiele ich auf Deutsch? Ich spiele auf Deutsch. Oh, ich spiele auf Deutsch. Egal. So, das ist jetzt der Marble Cobblestone, gell? Egal. Was steht denn da eigentlich dabei? Es ist dann... Irgendwas steht da halt. Schleicht. Schleicht mich jetzt hier mal nach unten. Da ist ein Creeper. So. Oh, gut. Den haben wir erledigt. Da unten liegt ein Herz. Was ist das da eigentlich? Das ist Kupfer wahrscheinlich. Kupfererz. Wo da unten noch mehr liegt. So, jetzt muss ich da irgendwie hier runterkommen. Äh, Cobblestone. Nein! Äh, da bitte. Dann würde ich einfach mal sagen, weil es so große Rohstoffadern gibt es ja hier glaub gar nicht. Dass ich hier einfach mal ein paar Rohstoffe farme. Und dann... Und dann glaub mal einfach ein Hausbau, dass wir irgendwie so einen Unterschlupf haben. Denn ohne Unterschlupf wäre es natürlich ein wenig, äh, karki. Denn wenn wir sterben, verlieren wir alles. Haben wir ja gesehen. Und es wäre ja nicht so... Pralle. Wenn ich da dann alles verliere und ich keinen Plan habe, wo wir sind. Wohre ich ja einen Slime. Wenn das überhaupt ein richtiger Slime ist. Boah, Mama, Hilfe. Okay. Da hinten ist noch Eisen. Hier ist Kupfer. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, shit. Ah, nehmen wir hier raus. Was ist denn das? Okay. Keine Ahnung, was man mit dem macht. Aber ich nehme es einfach mal mit. Wow. Oh. Da mache ich mal kurz eine kleine Pause. Ja, gut, da bin ich auch wieder zurück. Da hat mal kurz, äh, ja, eine ganz komische, eine ganz komische Geschichte, die, äh... Ach, hey, weiß nicht, ob ich es dir gleich erzählen soll. Und... Ich weiß ja nicht, ob einige von euch noch den Maxi-Man kennt. Der war mal bei einer Aufnahme dabei. Das war schon ewig her. Er wird... Haben wir ausgemacht, er wird, äh, ähm, auf jeden Fall noch einmal dabei sein irgendwann. Wir haben das da ausgemacht, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen. Er war halt so... Er saß neben mir, hat zugeguckt und es hat ihm halt auch mega, mega Spaß gemacht, weil das ist ja natürlich für so Leute, ähm, die irgendwie halt nicht so, so auf YouTube Videos machen, weil das ist ja schon was, 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 was komisches, wenn halt, wenn du halt so spielst, nimmst du auf, laberst was dazu und das gucken halt Leute an und es ist halt auch, finde ich, mega gut so was. Oh, ich bin voll. Aber auf jeden Fall, ähm, die Geschichte ist, dass ich mein Handy, ähm, im Bus vergessen habe und bei ihm hätten jetzt gerade zwei Mädels angerufen und haben halt gesagt, dass die mein Handy gefunden hätten und die bringt das jetzt bei meiner Mutter im Laden vorbei, aber die erste Frage ist natürlich an mich, wie haben die, die, den Maxi überhaupt anrufen können. Also, die Frage stelle ich mich gerade irgendwie. Oh, oh, der Stamm kommt zu mir. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mein Handy wieder. Das war mal ein Schreckmoment. Und der war, glaube ich, nicht ohne. Jetzt habe ich, habe ich schon, schon wieder auf Skype nicht beschäftigt gestellt. Ah! Wie, überhaupt? Mama! Scheiße! Was ist denn das denn überhaupt? Wacht, ist das schon wieder? Okay, gut. Aber ich will eigentlich hier gar nicht so weit ab. driften auf jeden Fall bringt sie das jetzt bei meiner Mutter im Laden vorbei und ich bin einfach mega glücklich mein Handy wieder zu haben denn ich bin so aus dem Bus ausgestiegen und merke halt dass meine Tasche also oder halt meine Hosentasche leer ist und das ist halt nicht so prickelnd sag ich mal und ich baue es mir hier einfach mal Zombie oh ich seh da gerade einen Erz aber wow hör doch mal auf oh scheiße ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr doch hier fuck die sitzt auch kaputt scheiß Creeper ey okay okay Untertitelung des ZDF, 2020